Liebe Zuhörer, heute werden wir an verschiedene Werke des berühmten amerikanischen Komponisten, Dirigenten, Produzent von Film- und Orchestermusik, John Tover Williams hören. Er hat mehrmals den Oscar und Grammy gewonnen und zählt zu den weltweit bekanntesten, erfolgreichsten und einflussreichsten Filmkomponisten. Samuel in my memory, das bekannte Hauptthema kommt am Anfang und auch während des Filmes Kevin alleine nur hier am Forum. Irgendwo in meinem Gedächtnis sehen alle diese Träume um mich, das Leben in meinem Gedächtnis, die gesamte Musik, die alle von der Magie, alle von der Familie zu Hause bei mir. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020